jetzt bekomme ich bloß kein actionbild ohne mich selbst damit zu kneifen deswegen naja müssen wenige punkte reichen zu sagen dass wir hin und das heißt auch hier kann ich noch einmal komplett das dinge erforschen und dann wahrscheinlich auch plus 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 schaden machen wir haben letzte woche mit ihm 2 angefangen und sind dann noch am start richtig geile spiel ich mochte ja teil 1 schon fand dabei wird in 1 zum teil recht unfair vom game design also im sinne von da waren boss so unfair schwer dass es hat keinen spaß gemacht zum teil aber war trotzdem an sich geiles spiel aber zwei fand ich mega richtig ultra gut also viel spaß bei dem der teilhaut rein ist aber nicht ganz leicht und mgs 2 beendet ok genau das war das jetzt weil ich noch gesehen hatte oder bei euch noch gesehen hatte ja ok cool cool ich habe es gehört und gelesen und verdammt auch nein ich wollte nicht auch ich bin kein gutes rollen vorbild scheiße also bei letztlos zu gerber gibt es aktuell in zwei wer es noch nicht gesehen hat guck mal rein ist sowieso immer schön da bei den beiden also könnt euch und kurie maxima vielleicht sogar ein schaut da draußen netterweise ich bin gerade so im game und so ich dachte erst sie hatte so eine art anfang und dann wurde mir klar er machte sowas wird der ding doch vorne das ist irgendwas wo ich nicht rankommen aber ich komme freundlich rumpf da hinten eine nehme schwer zu erkennen dass so neblich und rauschig nee kein gutes faden weil es dann wohl nicht danke ich mag stein duschen ja klar völlig normal wer wer hat das denn nicht oder aber er kommt ich sag ja sowas nicht wenn ich sich erst meine das ist nicht mein stil das kann ich ja echt hier nicht rein und da auch da auch nicht moment ja ich bin kein botaniker oder sowas auch nicht ich glaube ryan hat akadier gerade vernichtet die hat irgendwas mit der atemluft angestellt wir befinden uns auf dem meeresgrund junge der gesamte sauerstoff keine bäume kein sauerstoff ich wollte es ist ein bisschen backtracking machen aber darf ich nicht ach mal vielleicht komme ich da festmäßig rein weil es das ziel was hier war nicht mehr da ok weil ich glaube ich dann aber später rein und dann ok jetzt habe ich ihre bisschen schiss und bammelt woher was hat das ist ja nicht mehr kulper auch mehr und wieder mal rumreisen hier schön ich liebe es ich liebe es wobei die unterstützung kanada ok so dann können wir doch mal liebe kamera aber greife ich hier den rosie an wenn er leicht kommt das möchte ich nicht so ohne weiteres endlich was zum geld ausgeben wurde ja auch mal zeit ich bin doch kapitalist wird andrew ryan beschimpft nicht gerne hören aber was soll ich machen was bleibt doch eine wahl hier in diesem spiel oder also ohne witz da fang ich mal noch ein doch habe ich noch ein schwein gehabt der letzte der da war läuft das ist kubi bei uns kommt man in der regel überall hin wenn man erstmal der dinge in der story kundet hat ja das ja ich glaube das war so ich bin manchmal sicher kaufen 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 moneten aber habe ich auch immer noch habe ich kann damit anfangen weil kein nachher im schießgerät heißt doch nach beim schieß ist es ist der fachsdruck ne das nachher im schießgerät ja ich meine das heißt oder flammen werfen keine ahnung nach einem schießgerät das klingt das klingt sinnvoll hey hey läuft denke ich oder ich bleibe hier aber hier scheint der sauerstoff gut zu sein der spruch jedoch eigentlich weiter wer funktioniert welcher spruch habe ich den spruch gemacht also nein 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 kurin eben nicht eben nicht einfach nur ich liebe es ist halt nackte kanone so und nicht anders der andere spruch ich vielleicht im video die nach muss jetzt alles für meinen eigenen zu verbreiten alles cool immer wie es passt weißt du doch weißt du doch dann viel spaß bei wie wir sind zwei geilspielen erregt sie hast dich auch bei entschieden was zu schreiben ja ich hab dich längst im look gesehen wie geht's dir ist auch mit sauerstoff problemen konfrontiert sport boost 2 noch schneller sein ja stechen sie ihn aus nicht sie ihn es ist nicht gender konform quasi doch 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 und ja sind andere besser spruch nein kurin wie gesagt der spruch ist halt nur so kurz der nacken kanone ja erisch das verrate ich nicht aber ich habe meine option inzwischen ich weiß ich lerne immer mehr wie titsch funktioniert und wie ich dinge sehen kann und machen kann ich verrate aber nicht wie ich bin doch bis geheimnisvoll das muss ich mir doch verraten ob es kommt aber aber ab jetzt davon fängt also ja dann weiß wie kriegt man das raus erig habe ich aber wirklich kürzlich erst gelernt also gesagt man hätte die aus und man lernt immer was neues bei twitch zumindest ich andere die 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 kanal lese ich verdreife im rein wie bekloppt und testen eine funktion tausend mal aus aber ich halte mich und deswegen werde ich peu à peu aber ist auch nicht schlecht ah das ist weg frei wie es aussieht klar sagt kurie dass wenn die das vorher gewusst hätte ach houdini ist das wieder das wäre ja klar feuer ist jetzt ist auch aber noch ein bisschen was halt ja ich erlang das brennt alles krass ja sowas von krass ach was ich schon gesehen habe jetzt komme ich dadurch alles klar was sie bekleiden sich mit blättern und nennen sich die saturn jünger naja menschliches blut und singen geisteskrankes sprechchchöre bieter piere also sie werden beseelt von altertümlichen gottheit altertümlichen nicht lache alternde mitglieder einer bruderschaft sind sie die plasmide schlucken und lehrt lohnt sich es ist auch was zu saufen her was soll ich ich muss doch mal gar nicht weil es optional ok cool füllt das nehme ich mit saufen tun wir nicht zum kürbel so da war ja wir haben ja fast hallo wie das passt das passt ja klar weil das schon lange ok houdini slicer ist weißer 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 weil es falsch gewesen schadenfluss einer geht noch und jetzt tötet je ja ja dann fahren die falsche waffe wird eigentlich aber auch immer ziehen ich habe es da die teile so ende ich bin ja ganz froh das spiel nicht so schlau ist und mir auch schaden gibt vom elektro boot wenn ich im wasser stehe weil ich das wäre so weil ich habe es gar nicht wahrgenommen wenn es so war geht es dir gut so stöhnt so laut wie darf weder fast dem ist ja auch generell nicht so gut naja alles klar also kein flammenwerfer kein feierboot es sind einfach die houdini die dinger hier frei zünden für mich und dass ich nicht durchkomme das habe jetzt so nicht kommen sie da war es auch völlig in ordnung und ganz cool hallo mr houdini sir hätte da mal eine frage kann ich ein foto mit ihnen machen für die new york times ja finde ich auch lustig ist auch ein tolles blatt ich bin da hauptprüflich tätig als chefredakteur ich gehe der story nach die hat mit unter wasserwelten zu tun und 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 feuer ich habe keine gute gerade oder was und ein noch haben wir durch haben wir durch ja kein schaden plus plus gibt noch eine stufe teleportation stil von houdini spicer kann leichter vorher gesehen werden glaube ich komme ohne klar ich habe ganz recht zu wenig leben weil es mit dem tournikum für mehr heilung durch medikids habe ich immer keine volle leben aber einen extrem lieben großen lebensbonus gerade weiß ich nicht wie ich das finden soll ich glaube das meine eigene ne ich bin ja ja doch nein keine ahnung ich gehe lieber wieder auf ihr bald da irgendwer auf irgendwas und das sind eindeutig meine geschütztürme habt ihr es getötet weiß man nicht so genau das war was die glänzte verwandskasten gut versteckt trotzdem muss ich doch nicht lange in diesen freigebrannten wegen weil da nichts ist außer ein bisschen schmerz und bisschen items dabei nichts super krasses story relevant ist auch faszinierend und jetzt kommt natürlich dadurch war dabei auch ein riesiges irgendwas gebüsch vor richtig ich glaube schon ganz gespannt ja auf jeden fall erik nachdem ihr kommt teil 2 ich werde die ganze reihe spielen auch den von mir sehr und ich komme einfach durch das davon aber auch den von mir ungeliebten teil 3 werde ich jetzt plane und ja ich bin kein fan von bioshock und findet fand ich natürlich gar nicht so gut würde ein teil der meereinnahmen bei mir hängen bleiben also dachte ich mir warum für sauerstoff bezahlen genau die anderen jungs unterbieten stimmt leute sind mit aller macht in zwei geschäft eingestiegen zwei geschäft ist auch geil ja ich weiß der ist glaube ich generell eher beliebt bei den leuten aber ich sage von mir nicht geliebt ich mochte einfach im bild nicht das war und ich kenne auch viele meinungen die das ähnlich sehen aber ich kann mir nicht sagen ob sie mehr das oder die minderheit aber dieses abkommen vom eigentlichen bei stock gedanken aus meiner sicht dass man halt nicht unter wasser ist sondern ganz oben das war du hast eine völlig andere atmosphäre in den finfall über den wolken bist und alles hell ist und alles groß und nicht so beklemmend war halt für mich kein bioschock mehr auch wenn die geschichte und die idee dahinter alles ganz ganz cool war irgendwo aber ich fand es ich fand es nicht so aber irgendwie war dann das auch schon alles wenn ich jetzt bestimmt deutlich besser gefunden wenn es nicht namen bioschock getragen hätte dann muss man so so ähnlich wie ich auch joker viel geiler finden würde wenn sich joker wäre also der joker film mit jokim phoenix der film war schon cool aber es ist für mich nicht der batman joker das ist irgendeine figur ist bei jetzt der clown nennen können und alle batman referenzen raus und ich hätte den film besser gefunden tatsächlich und so k2 das musical habe ich mir nicht angetan werde ich auch nicht aber es floppt ja gerade wahrscheinlich zurecht ich hab's ich hab's nicht kommen das news wird ich war keine musicals ich hasse lady gaga die ist hässlich und kann ich sehen und ist unsympathisch ohne ende und daher wollte ich mir den film sowieso nie im kino ansehen sondern bloß im heimkino was ich ja jetzt offenbar demnächst machen kann weil ja aufgrund des flops das relativ schnell ins heimkino kommen soll was ich wieder ganz gut für in dem sinne aber ja aber auch das wie gesagt wäre aus meiner Sicht sicher besser gewesen wenn es eben nicht der batman sogar gewesen wäre es wie alt bei euch gewählt und ich hätte bei euch auch sein sollen wenn du verstehst da war ich doch aber schon oder die erste ich bin der die ecke gerade so waffen update 8 schießt da haben wir auch noch so was ich glaube ich erst das haben dann das richtig ich bin jetzt ich glaube schon ich war es einfach sagt dann ist das die kleine ecke wie ist doch ein durchgang zumal der vor nicht aufgewiesen hier ist jetzt aufgemacht wurde aber voll doch kraut davor oder was 100 pro da stand ich schon davor und wollte durch bei dem weiß ich genau das kann ich übersehen da habe ich glaube ich auch nicht aber ich will es nicht damit ausschließen noch was drauf die geschichte schön weitergedacht dieser ganze ist eine stufe drüber vom setting es wird die reihe schönen weiter und vor allem die die jetzt hießen hat hast du die kenne ich nicht vom bioshock findet aber es wird der flair von bioshock 1 eben das meine ich ja aber ich soll jetzt man dies manchmal selbst schon umgesetzt und es ist ein echter guter zeichen wie gesagt dagegen sagen ja auch nichts tatsächlich dafür ist es halt kein bioshock in dem sinne es war auf der ebene sehr enttäuschend und ich auf die story gut fahr fand ich sie nicht ich fand die richtung ja nicht so wie sie da haben wollen ich sag mal ich glaube ich vermisse ein bisschen so das hat mir nicht so gefallen ich kann aber nicht nur sagen warum tatsächlich ich glaube ich war auch kein großer fan von dem hauptcharakter weil irgendwie habe ich mit dem auch probleme gehabt ich weiß aber ja warum da kann einiges zusammen ich kann es aber nicht mehr detailgetreu zusammenfassen werde ich bestimmt wenn ich sage selbst let's player noch mal aber schauen mehr geht gerade nicht ich bin zu k.o. also hast du jetzt gestreamt oder hast du nicht gestreamt wie gesagt man kann ja raid noch ohne zu streamen vorher das macht sich ein gewisser krummer tanz regelmäßig hier und seit ein mann raids und sagt wenn schau da und böser houdini böser houdini war es so wenig punkte ach komm schon habe ich aufgeschrieben ach doch doch ach mich gesehen schuldigung eine stunde gestreamt ok ok hey man mein vatermann ich bin preparat sie kann ich foto schießen von irgendwen ich sehe nicht hast du gewonnen mein großer schön das ist besser euch den arsch fest bleibt ja toll wird auch noch fotos schießen noch zwei stück eigentlich aber gut wird zwar nicht könnte ich machen speicher lieben könnte wenn ich meine drohne toll das ist ein toller kumpel aber er betreibt es einfach samir hat was drei mythische war was wieder was wie sagt mir was ohne witz jetzt bei mir hat sich drei mythische items gesichert das tun für eine die welche ab ich habe das dann gemacht hat er denn gemacht bei diablo dass ihr das quasi gefahren tappt unter stadt oder was was das scheiß was das scheiß ich war nur dabei aber hauptsache die ganzen sachen wechseln kaffee abhalten brauche ich auch noch nicht war schauen ok meine ersten items der beta du hast in der beta keine mythischen oder überjurig bekommen weil die gab es damals auch gar nicht aber ist okay wenn du meinst ich habe schon so 20 aber heute noch also auf t4 ja ich weiß über unix aber die gab es ja der beta nicht aber krass hatte ich quasi dann der der shadow einfach durchgerutscht auf t4 denn mein es wird selbst erst auf t3 ganz gut aber nicht überlegen gut also so dass ich noch kein t4 machen könnte und da ich dann ausgehst du nicht ganz so weit bist du ich hatte ich das stelle wohl ordentlich gezogen aber ist auch geschrieben in dem sinne krasser scheiß glückwunsch das ist doch mal eine coole nachricht ich hab da nein war nichts mehr das war nichts mehr das ist wirklich es fällt mir sehr hier ja da bitte der da und ich brauche noch ein da mein schweingart deswegen noch nee hat nur tv gemacht und danach immer boss paragon bin ich fünf höher ja davon kommt man nicht viel mit leveln weiter ohne witz kurin im bild worden habe ich einfach die skillung nachgespielt so gut es ging ich habe kein master working gemacht ich habe nur die aspekte halbwegs ich habe halbwegs passende items und ich bin locker auf die zeige kommen und auch relativ gut auf t3 ohne master ging immer noch das habe ich drüben sagt schnell jäger nicht so einfach also einfach machen das geht es geht durch ich komme ich da drüben hin wird das alte bilder die zahl das tagebuch haben geh auf geh auf geh auf geh auf höh muss irgendeine vorrichtung sein um das zu machen oder story wenn man nicht sicher kann wer kann natürlich sein dass da tatsächlich mit weiter geht dann das ist ja wahrscheinlich so gerne dass jeder die tauchglocke ist oder da ich jetzt mal weiter ich glaube ich kann mir hat nicht so ruhig ich weiß gut deswegen sagen sie extra noch mal macht es einfach das geht in das bild war der spiel ja nicht hardcore oder so was ist das schlimmste was passiert gerade stirbst bei der güte dann wird wieder alles kein großes thema ich doch nicht was machen die da party party ganz viel auf einmal hier jeden der fotografieren theoretisch jäger source jäger source habe ich auch jetzt auf die 3 tv spieler ja ist klar ich meine ich bin auf t3 mit meiner rop besser als beim spielborn aber da habe ich ja wirklich schon master working gemacht und items gesungen und so was alles also mehr arbeit eingeschickt letztendlich merkst du halt dass er spirit born in dem sinne überlegen ist was nicht überrascht und nichts neues ist aber verwechselt möchte ich dann an der stelle kommt schon einer noch ja bloß bloß ich bin durch erforsche den fall ist gleicher spieler vollständig sagt dass die erfolg habe ich gemacht ja schaden ganz gut jetzt stehen geblieben willkommen im zirkus der werte haha ach mensch und tonicum war hier gewesen das sicher ist lücke tonicum passt die temperatur ihrer epidermis dahingehend an das ist jetzt kameras und schütze verwirrt und ihre reaktion entsprechend verzögert wenn ich nicht einsetzt das ist ja quatsch na du amato und houdini splicer du hab hier alle noch dieses haus gelöscht ja ich habe auch bis aufgeräumt es gab ja auch hier mit allen zwei neue slots für scharfen aber ich habe trotzdem einige geräusch weil ich diese rede jetzt quatsch vorher war ja noch halbwegs sinnvoll aber jetzt hier neuen system der items haben die auch keine gute etwas mehr dabei gehabt selbst ein super geiles weil das ist so traurig eigentlich mein super überlegenes zwei oder drei gröte affix winterglas ding ist jetzt völlig für den popo weil es einfach ein schlechtes legacy item ist es ist total fies aber so ist es ja platz dann das ist der preis des fortschritts würde ich sagen heul nicht so viel nimm dein leben selbst in die hand und hier darf dazu noch wissen lassen und so ich war ich noch nicht weiß dass aber eine ahnung ich bin am ziel aber hier ist nichts dahinter und das sound von der frau der kurios sehr kurios muss ich da mal nach oben fahren oder so vielleicht 1 mal platziert ich weiß nicht wo ich jetzt hin muss ach so ich musste rosa aufheben wollen und rosa kaufen wollen und rosa kaufen nee aber ich bin sie gratis mit sonst eine nicht ach da oh 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 ah ii hab ich doch nicht in wörzwelle geschützt da alter das ist laut alter das ist laut alter schön schönen bannern meine geschütze machte ganz toll es ist so cool du hast hier alles gecheckt und getrackt und alles war natürlich es passt position und nichts geld und dies und das und jenes ich liebe es schon wieder so ein nackte kanone spruch ne hehehe aber wurden die gleichen das eine led hat haben die so viel leben oder was ach es nur ein gegner gar das kann gar nicht sein woran zu viel geballert ja meine armen ohren dito glaub mir kugel wenn ich sage meine ohren haben es bestimmt schlimmer erblich dass deine weil ich die lauter mit kopfhörern als drum und dran haus gemäß das team anhöre danach ist das sowas ist sicher lauter höher als hier das ist ja nicht schön das ist das leid und das los ist ziemlich was glaube ich ja das gab wo kommt die stimme hier die ich würde gerne abballern aber sie ist halt nirgendwo alte hexe war ich jetzt überall ich war immer noch hier in diesem raum nicht drin aber ich weiß auch nicht wie ich da hinkommen soll nachdem es gebe ich dann einfach es wird jetzt nichts weltbewegnis sein was da drin ist denke ich setze ich hoffe ich aber wurscht da kann ich alles haben nährt mich nicht das habe ich gesagt hallo da ist sie ja endlich endlich habe die gefunden möchte ich immer zum schweigen würde ich sagen geht doch doch nie wieder so fand ich was zu werden da ist die nächste irgendwo super hat sich gelohnt ich habe auch kopfhörer da ja nee das hat mit kopf an sich nichts zu tun aber generell mein sound ist lauter als das was ihr hört in eurem stream das meine ich weiß ja schon unter pegel für euch und generell habe ich das hier ist einfach die übertragung generell nicht so laut ist einfach per default schickstoffgranate ok nein nein da ist doch jemand ach so rosy sie ist freundlich gesinnt ach so der wahrscheinlich gerade nein ja 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 ca ja 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 alles ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020